Musik Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Need for Speed World Ja, ähm, ich war hier gerade durch Autos durch, nein, ähm, ich hab eben schon mal eine Folge aufgenommen Dann hatte ich die Folge fertig, habe nachgeguckt und es war kein Ton da Ich hoffe diesmal wird Ton aufgenommen Ähm, in dieser Folge hatte ich auf jeden Fall zwei Rennen und ich war, bei beiden Rennen habe ich gewonnen Und ihr konntet es nicht sehen Es ist so scheiße Da war ich mal so gut Und keiner sieht es Typisch, typisch ist das Jetzt hoffe ich, dass wir bis jetzt der Ton aufgenommen wird Und dass ich genauso gut bin wie eben Aber mal sehen Wie ich jetzt so werde Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, was das jetzt für ein Rennen ist Das habe ich eben auch verstanden So was habe ich gemacht, nur nicht als Team Sondern als Einzelnd und ich hänge gerade fest Scheiße, 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 scheiße Auf jeden Fall habe ich da gewonnen An alle Einheiten, die Straße vor den Verfolgern ist gesperrt Oh, was war das denn jetzt? Das habe ich jetzt nicht Ja, in Ordnung Hä? Hüüssi 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 Das ist alles möglich. Wir ziehen hier alles, was wir können. Wir sind die Einheit bereit. Ja, der fliegt da so ein bisschen rum wie so ein Spielzeugauto. Hey, ich finde dieses Rennen immer noch lustig. Es gefällt mir eigentlich am besten diese Fluchtrennen hier. Gar nicht so schlecht. Wir haben die Strecke vor ihm abgesperrt. Das bringt aber nichts. Auf jeden Fall habe ich jetzt kapiert, dass ich vor dieser Polizei flüchten muss. Das ist doch auch schon mal was. Das muss ich jetzt nur noch irgendwie schaffen. Das war's! Die Absperrung hat ihn gebremst! Ja, von mir sprechen die jetzt aber nicht. Wir sind genau da, wo wir ihn haben wollen. Für euch ist abgesperrt. Hohohoho! Uiuiuiui! Upsala! Treibt ihn nach rechts. Wir haben einen Nagelwand ausgelegt. Ich bin nach rechts. Juhu! Haha. Ok. schön ah verdammt das war schon mal wieder scheiße ich gebe es ja zu ist ja wenn man sich auch sparen können man 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 hat habe ich es geschafft habe ich es geschafft so ein mist das riecht einen sowas von auf weiter geht's da ist auch schon das nächste rennen was kann man hier machen egal einfach mal teilnehmen bitte haben sie einen moment geduld sie werden gleich weitergeleitet ja schön ok dann wurde Zeit beendet auch gut wenn die mich nicht haben wollen schön oh verdammt ok ja das mit den driften klappt noch nicht so wirklich ok Leute wir sind am Ende dieser Folge ich hoffe es hat euch gefallen auch wenn ich hier gerade voll abgelost habe irgendwie äh naja ich sag bis zur nächsten Folge hoffe ihr seid wieder dabei ciao 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 und